Heute bei Glaubenssätze im Handwerk. Ich bin eigentlich schon voll dieses Jahr, ich brauche keine Aufträge mehr. Ja, wollen wir uns mal anschauen, wie wir dazu stehen. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist immer noch Alex und Marvin immer noch am Start. Jo, hi. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, den Glaubenssatz. Ich bin bis Ende des Jahres ausgelastet, mein Vorlauf ist drei, vier, fünf Monate. Ich muss keine Werbung machen oder ich brauche keine neuen Kunden. Und hier sind immer die Fragen, womit bin ich ausgelastet natürlich. Also wenn es darum ginge, wenn ein Handwerker es darauf anlegen würde, würde, glaube ich, jeder Handwerker komplett ausgelastet sein. Und hier können wir natürlich nochmal auf das Thema, was wir auch schon mal hatten, so ein Stück weit verweisen. Ein Handwerker, der ausgelastet ist, ist nicht unbedingt ein Handwerker, der wirklich Geld verdient. Und du hast viele Aspekte, gerade jetzt was Vorlauf angeht, die oft zu einfach gesehen werden, wo oft nicht die strategische Fernsehsicht auch irgendwie da ist. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Beispiel, du gewinnst einen Kunden für irgendeine kleine Reparatur, weil du sagst, hey komm, den Slot hatte ich da jetzt noch frei. Du hättest in der Zeit aber auch, nehmen wir mal ein Bauelementunternehmen, eine Markise verbauen, können wir 4.000 Euro, wenn du wirklich einen 1.000er daran verdienst oder 1.500 vielleicht sogar. Stattdessen machst du irgendeinen kleinen Auftrag, der bringt dir zwar auch 1.500, aber nach allen Kosten, nach allem Drum und Dran hast du irgendwie noch, keine Ahnung, 150, 200 Euro, die übrig bleiben, wenn alles nach Plan läuft. Und mit dem Auftrag wirst du dein Unternehmen langfristig nicht stärken, weil Leute, die solche Aufträge vergeben, werden die Leute empfehlen, die solche Aufträge vergeben. Im Regelfall empfiehlt man von oben nach unten, also Leute, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, die bei dir was sehr Hochwertiges kaufen, empfehlen dir jemanden, der was Hochwertiges kauft, empfehlen dir jemanden, der was Mittleres kauft, empfehlen dir jemanden, der was im unteren Segment kauft. Das heißt, dein Ziel sollte immer sein, von den anderen Marketingaktivitäten auf den sehr hochwertigen Bereich aus zu sein, auf den Bereich, wo halt wirklich viel Geld verdient wird, weil es wird eben maximal auf dem gleichen Level oder drunter empfohlen. Und es ist selten so, dass jemand was Kleines bei dir kauft und jemanden empfiehlt, der was sehr, sehr Teures kauft. Ja, häufig haben wir halt so die Situation, dass die Betriebe schon fast stolz darauf sind oder schon sehr, sehr stolz darauf sind, ausgelastet zu sein. Und an sich ist das ja auch erstmal ein gutes Gefühl als Geschäftsführer, wenn man weiß, okay, ich habe Vorlauf, ich bin ausgelastet, die Aufträge sind gesichert und so weiter. Und das ist aber immer der Punkt, wo wir eigentlich ganz hellhörig werden und sagen, ja okay, aber was sind das denn für Aufträge, mit denen du ausgelastet bist? Was ist das denn genau? Wie viel kommt denn dabei rum? Wie viel Deckungsbeitrag geschieht denn bei diesen Aufträgen? Und das ist eben der Punkt, wo wir ansetzen wollen, weil immer, wenn jemand sehr, sehr stolz darüber berichtet, dass er, wie lange er schon im Voraus ausgelastet ist, dann ist das meistens, schrillen da schon die Alarmglocken, weil man weiß, dass es wahrscheinlich nicht die lukrativsten Aufträge auch sind. Ja, komplette Auslastung ist eigentlich nie gut. Also ich sage mal, die erfolgreichsten Partner von uns, die sind dann wirklich so aufgestattet, die sagen, ey, ich bin gerade mal zu 70, 80 Prozent ausgelastet. Die verdienen aber trotzdem zehnmal so viel Geld teilweise, wie die voll ausgelastet sind. Ja, weil letztendlich die erfolgreichen Unternehmen, die suchen sich halt genau die Aufträge raus, die zu ihnen passen, mit denen sie eine sehr, sehr gute Marge haben und nehmen halt nicht alles drumherum an. Und die sind niemals, niemals so ausgelastet, dass sie den wirklich lukrativen Auftrag nicht noch unterbekommen. Richtig. Das ist auch ein ganz wichtiges Mindset von denen, weil die sagen halt, ich habe bewusst 10, 50 Prozent, Puffer, vielleicht sogar 20 Prozent, falls mal ein Mitarbeiter krank wird, falls irgendwas passiert, falls morgen jemand mit einem Berg voll Geld vor der Tür steht und sagt, ey, ich habe hier was richtig lukratives, kannst du das machen? Klar, jetzt wirst du sagen, ja, irgendwie bekomme ich den auch noch unter, aber lass mal zwei, drei davon vor der Tür stehen. Irgendwann bekommst du die einfach nicht mehr unter. Oder was natürlich auch oft ist, wenn man dann mit Leuten redet, ja, ich bin komplett ausgelastet. Okay, also wenn du so einen wirklich geilen Auftrag für eine Wärmepumpe bekommen würdest, du hast den ablehnt, nee, den würde ich schon unterbekommen. Dann bist du nicht ausgelastet. Also auf der einen Seite lügen sich Leute halt selber an, die das sagen. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich stimmt, ist es einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil es wird immer mal eine Gelegenheit kommen, wo ein kurzfristiger Auftrag zu erledigen ist, gerade wenn ich Werbung mache natürlich auch, der sich extrem lohnt, den ich aber eben nicht in einem halben Jahr erst machen kann, sondern den ich jetzt machen muss und wo eine volle Auslastung einfach schädlich ist. Bloß Mitarbeiter wird mal krank. Das sind die Betriebe, die voll ausgelastet sind, wo die Mitarbeiter auf ein Zahnfleisch kriechen teilweise. Nicht, weil die Chefs irgendwie unverantwortlich wären, gut, irgendwie ist es schon deren Schuld, aber eher auch deswegen, weil einfach, wenn mal jemand krank wird, die anderen die doppelte Arbeit machen müssen, weil die Vorauslastung da ist, wenn ich nur 80% ausgelastet bin, kann einer krank werden und trotzdem komme ich noch sehr gut klar mit den Leuten. Wie gesagt, also ich habe genug Betriebe erlebt, die nur zu 70, 80% ausgelastet sind, einfach viel mehr Geld verdienen als Betriebe, die 100% ausgelastet sind. Also wenn du so einen Vorlauf hast, dann solltest du hinterfragen, wie deine Pricings sind, dass du wahrscheinlich zu günstig bist, was du alles für Aufträge annimmst. Und soll man hinterfragen, wie viel mache ich denn eigentlich Marketing? Wie sehr fokussiere ich mich in meinem Geschäftsführeralltag darauf, die Produkte oder die Leute als Kunden zu gewinnen, indem ich strategisch wirklich weiterbringe und nicht nur die, die jetzt kurzfristige Auslastung bringen, von der Hand in den Mund mäßig. Das ist auch so ein Thema. Ganz viele nehmen die Aufträge an, ja, am Ende bleibt kaum Marge hängen, am Ende haben sie nur gearbeitet, um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Wenn sie in der Zeit strategisch sich ein bisschen mit beschäftigt hätten, wäre es viel schlauer gewesen. Und ich verstehe, psychologisch gesehen, fühlt es sich scheiße an, wenn man selbst über die Mitarbeiter rumsitzen, aber ich lasse lieber die Mitarbeiter zwei Stunden rumsitzen, hat nur lukrative Aufträge, dass die Mitarbeiter in Volllast laufen, aber die Aufträge, die lukrativsten sind vielleicht 10%. Also in dem Sinne, hinterfragt das, wenn es bei dir ist nochmal. Wenn du sagst, das ist wirklich so eine krasse Auslastung, sind es wirklich alles lukrative Aufträge. Und löst euch auch von diesen, da sind auch ein paar Reparaturen dabei, das ist doch ganz normal. Mag sein, aber die Reparaturen müssen entsprechend kalkuliert sein, dass die meisten Kunden sich wahrscheinlich gar nicht mehr annehmen, weil eine Reparatur kann sich für dich nicht so lohnen wie ein Auftrag, wo du ein Produkt mitverkaufst im Regelfall. Außer du hast einen wirklich realen Stundenverrechnungssatz bei dir angelegt und selbst dann nicht, weil ein Stundenverrechnungssatz bedeutet immer, wenn ich effizienter arbeite, verdiene ich trotzdem nicht mehr Geld. Auch da, Fixpreise, Festpreise, viel sinnvoller. Okay, aber das ist ein anderes Thema für das nächste Mal. In dem Sinne, ich hoffe, das war für dich wieder ein bisschen erkenntnisreich, dass du was mitgenommen hast. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Touren auf jeden Fall. Und du hast hier drunter, wie immer, den letzten Teil der Serie verlinkt. In dem Sinne, schöne Zeit dir und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Mach's gut, mach's gut, mach's gut, mach's gut.